Yo, 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 was geht ab? Hier spricht Kano Narichman vom Brakeball Team. Auf jeden Fall bin ich hier mitten im Wald und wisst ihr was, wir vom Brakeball Team, wir können die Bälle überall drehen. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Wo haben wir hier einen Ball? Oh, hier ist ein unsichtbarer Ball, okay? Zack, wir drehen das Ding, wir packen das auf irgendeinen Ast drauf. Ach, kein Ast grad hier, egal, ich wirf das Ding mal weg. Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 10 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ihr noch Vorschläge habt, wo wir die Bellen überall noch drehen können, sei es im Büro, egal wo, wir kriegen alles hin vom Breakball-Team, okay? Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Ihr könnt uns verfolgen, denn dieses Jahr geht's los. Ab jetzt geht's los und lasst euch einfach von uns inspirieren. Bis dann, ne? Ciao!